Hätte einen kleinen Beitrag. Und zwar war ich einmal, das ist jetzt aber auch schon, da hatte ich, war ich Kassenwart, bei uns in der Stadt im Tierschutzverein, und da ist, das muss ich einfach mal erzählen, weil das, da kam, wie war das, ein Antrag von einer Frau Wittkamp, glaube ich, hieß sie, ist ja auch wurscht, und die hat, das muss man sich mal, in was für Zeiten wir leben, die hat, die wollte doch tatsächlich, weil sie jetzt schon 15 Jahre mit diesem zusammen lebte, wollte die, ja, halten Sie sich fest, die wollte, die wollte ihren, das darf man eigentlich gar nicht, ihren, ihren, bitte, ihren Hund heiraten. Und da haben wir natürlich gesagt, also, gute Frau, das, und da haben wir, bitte, Herr Gossen, da haben wir uns alle, wir haben da gesagt, also, so geht das, ich meine, nichts gegen Toleranz, aber irgendwo, irgendwo muss auch, und da haben wir ihr ganz deutlich klar gemacht, dass, wenn schon, dann muss diesen Antrag der Hund.